So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal, Rams ist der Dicke und wer das Unboxing Video gesehen hat, hat gesehen, ich habe ein bisschen Post bekommen und neben der Post habe ich auch was anderes bekommen, nämlich Pupsi. Aber die kam nicht mit der Post, sondern die hat mir doch extra keine Mühe und was auch noch, irgendwas, keine Mühe und irgendwas geschon, um zu McDonalds zu fahren. Da geht sie eh regelmäßig hin, für ihre Tochter gibt es immer Happy Meal und jetzt gab es auch Happy Meal für den Ramses, aber nicht als Essen, weil der ist dick genug. Ich habe jetzt so einen Pub bekommen und was das für ein Pub ist, wer bei McDonalds war, der weiß das, Leute wie ich, die nicht zu McDonalds dürfen und ein Hausverbot haben, die wissen es nicht, aber es gibt ja momentan wohl bei McDonalds Sammelkarten, was wirklich so krass war, könntest du nochmal sagen, oh man, warum wühlt ihr denn alles kaputt? Was wirklich so krass war, dass es Leute gab, die für 400 Euro Happy Meals gekauft haben und haben dann nur die Katten genommen und haben den Rest weggeschmissen oder stehen lassen und weil die einfach nur diese Sammelkatten haben wollten. Und seitdem gerade in Meiningen zum Beispiel, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, es heißt, dass nur noch zwei Happy Meals pro Person ausgegeben werden dürfen. Wir wollen das jetzt mal aufmachen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung von Pokémon Go. Ich habe keine Ahnung von Pokémon allgemein. Ich möchte jetzt einfach nur diesen ganzen Hype mal verstehen oder mich da mal dranhängen. Ich habe schon immer gesagt, gerade bei Pokémon Go, bei irgendwelchen Pokémon, ich kenne mich nicht aus. Ich habe keine Ahnung. Ich kann nur Generation 1, mehr nicht. Deswegen ist Kando einfach meine Lieblingsgeneration. Immer mehr Generationen, die ich sehe und kennenlerne, da vergeht mir alles, weil Pokémon sich dann irgendwie in eine Richtung entwickelt hat. Alles war nur noch bunt. Alles war nur noch süß. Alles war nur noch kitschig. Aber nicht wie Generation 1, wie Capital Brape. Nicht zu süß, ja. Weil Generation 1 war einfach heftig, brutal, böse, furchteinflößend. Krass. Als wenn man sieht, was dann alles für Viecher reinkam, wo du denkst, hä, ist das noch Pokémon? Jetzt möchten wir das mal hier aufmachen, weil ich nicht weiß, was das ist. Wie gesagt, wir machen das mal hier auf. Wir machen eine Kappe auf. Wir machen eine Kappe roh. Wir haben hier irgendwie... Was ist das? Ich kann es ja mal andersrum drehen. Wir können das zusammen mal so aufmachen. Wenn wir das jetzt hier aufmachen, mal alles, was drin ist, festhalten und rausnehmen. Oh, guckt euch das an. Hier könnt ihr gucken, welches Pikachu... Ja, das ist ja eigentlich einfach, oder? Guck mal, das hüpft. Das ist das hier. Das winkt. Oh, das ist schon schwer, ne? Das winkt, also ist es das hier. Man erkennt es an den Ohren. Das, da gehen die Ohren nach hinten. Das ist dann das. Und dann bleibt ja nur noch das und das übrig. Aber schön, für Kinders, ne? Die können nämlich hier mit dem Stift einfach alles voll schmieren. Genauso wie sie wahrscheinlich die Sammelkarten voll schmieren. So wie Sandra mir das erzählt hat. Die können das aber alles hier nachzeichnen und sich dann freuen, was das sein soll. Dann haben wir gleichzeitig hier ein... Ja, keine Ahnung. Strand. Und dann machst du das auf und dann hast du noch mehr Strand. Und das ist für... Oh, hier hast du noch Wald. Genial. Guck dir den Wald an. Das ist, ich glaube, Sticker, oder? Hier, Glumander. Du kannst jetzt also deinen Glumander nehmen und kannst das hier in den... Ah, hier. Du kannst das Glumander nehmen. Das ist ein Aufkleber. Du kannst das hier irgendwo an den Strand packen. Oder mitten in den Baum. Du hast hier Pikachu da. Du hast hier Bälle da. Du könntest Pikachu nehmen und jetzt hier an den Baum packen. Oder auch einfach ins Wasser werfen. So ein Elektro-Pokémon im Wasser ist auf jeden Fall gut. Genau wie das Feuer-Pokémon im Wasser. Das ist auch auf jeden Fall gut. Aber hier kommt das, worauf alle abgehen. Nämlich vier Sammelkarten. Schnapp sie dir alle. Sammelkarten von Pokémon Go. Schreibt euch das mal hinter die Ohren. Ich verstehe es nicht. Vier zusätzliche steht da. Da sollen jetzt heftige Sachen drin sein. Ich habe noch nie ein Booster-Pack aufgemacht von Pokémon oder irgendwas anderem. Ihr könntet das mal probieren. Ich weiß nicht, wie da Überraschung... Überraschungseffekt am größten ist. Welche Seite, wo was ist. Wir gucken mal so. Okay. Irgendwie machen die immer so komische Moves. Dass die mal eine Karte andersrum. Und dann tun die alles hin und her. Und vor und anders schieben. Wir machen die jetzt erstmal auf. Wir drehen die mal um. Und gucken uns erstmal an, was wir hier haben. Wir haben hier Shellast. Shellast ist an sich ein cooles Pokémon. Ist natürlich ein Starter. Kann hier Teckel, Rasierblatt. Wunderbar. Möchte jemand einen Shellast? Schreibt es mal in die Kommentare. Joa. Ist eine schöne Karte, muss man sagen. Und vor allem ist hier überall die 25 immer drauf. Weil das ist die McDonalds Edition. Was haben wir neben Shellast noch? Wir haben ein Robball. Robball kenne ich nicht. Keine Ahnung. Kann Pfund und Aquaknarre. Ist Jurope. Jurope aus irgendeiner anderen Generation. Ihr kennt die Generation bestimmt. Das könnt ihr mal reinschreiben. Welche Generation das sein soll. Basis. Basis steht hier auch. Genau. Sind schon zwei. Wow. Sehr cool. Wasser und Pflanze. Was erwartet uns hier noch? Gekabor. Gekabor. Boah. Ja. Also nochmal Pflanze mit Ruckzuck-Hieb. Digga. Deine Kollegen haben wenigstens beide zwei Attacken. Aber du. Du hast nur Ruckzuck-Hieb. Wem willst du hier was sagen? Außerdem. 60 Kp. 80 Kp. 70 Kp. Gekabor. Du bist raus. Du kannst einfach gar nichts. Glaube ich zumindest. Ich habe keine Ahnung. Weiß ich nicht. Gekabor. Wenn ich die vergleiche. Mir gefällt Shellas auf jeden Fall als Pflanzenstarter. Tausendmal besser als Gekabor. Also Gekabor. Am liebsten würde ich es wegschmeißen. Sagen wir es mal so. Aber es hat natürlich Existenzberechtigung. Und eine Karte ist noch übrig. Schimpep. Okay. Die sieht richtig heftig aus. Oh mein Gott. Guck doch mal da. Ja. Auch Pflanze. Was ist los hier? Alles Pflanzen. Pflanze 1. Pflanze 2. Pflanze 3. Hat auch 60 Kp. Wie Gekabor. Ja. Also Shellas finde ich immer noch am coolsten. Ähm. Zweig. Zweigstoß. 30. Ruckzuck. Hieb 10. Der hat auf jeden Fall hier einen besseren Wert. Ich vergesse immer zu, das hier voll nah heranzuhalten. Äh. Gekabor kenne ich schon. Finde ich nicht so krass. Das kenne ich zum Beispiel nicht. Das ist irgendwie, schreibt ihr mal rein, welche Generation das ist. Chimpep. Ob das was kann, ob das cool ist oder nicht. Sehr interessant, dass da drei Pflanzenstar da drin sind. Aber das ist ja eine besondere Karte. Ja. Wertvoll würde die wahrscheinlich jetzt nicht sein. Keine Ahnung. Einen Cent. Hä. Und das hier so minus 10 Cent. Wenn du die jemandem zeigst, dann musst du da noch drauflegen. Drei Pflanzen Pokémon. Ein Wasser Pokémon. Den kann man mal mitnehmen. Bin mal gespannt, wie oft Pupsi da noch hingeht. Und ob wir dann vielleicht öfters mal so einen McDonalds Pack einfach aufmachen mit vier... Mit vier Karten drin. Ich dachte halt jetzt wirklich, da ist mehr drin. Ich dachte, da sind so sechs Stück drin oder irgendwas. Wir können die euch nochmal hier zeigen. Da sind die vier Karten. Na, wunderbar. Habt ihr auch eine davon bekommen aus dem McDonalds Pack? Oder hattet ihr wirklich vier komplett andere? Mal gucken, vielleicht kann sie ja die Karten von Marie... Vielleicht kann sie ja die Karten von ihrer Tochter abluchsen. Und wir gucken uns die mal an. Dann verlose ich die auch alle. Oder ich sammle alle, bis es keine mehr gibt. Und dann verlose ich alle, die ich gesammelt habe. Oder weiß ich nicht. Bei mir würden die eh nur rumfliegen. Es gibt bestimmt Leute, die sich darüber mehr freuen würden. Also, ich weiß nicht, ob es auch garantiert ist, dass in jedem Pack irgendeine besondere Karte drin ist. Weil die sieht ja an sich schon schicker aus als der Rest. Ansonsten kommt es hier zurück in diese Tüte. Das werde ich mir mal gesondert irgendwo hinlegen, dass das ein bisschen geschützt ist. Dass die Aufkleber und das Zeug theoretisch... Vielleicht kann ich ja duckeln. Hey Marie, willst du ein paar Aufkleber? Kriege ich deine Karten, ja? Gib jetzt die Karten her. Nimm dir Aufkleber. Nein, irgendwie wird man sich vielleicht einig. Ansonsten muss ich Pupsi beauftragen, jetzt jeden Tag bei McDonalds einzukaufen. Da gibt es alles, was man will. Da gibt es Salate, da gibt es Limos, da gibt es noch Bier. Früher gab es immer Bitburger. Es gibt auf jeden Fall Milchshakes. Es gibt Beilagen. Wenn du einen Schnitzel brätst, gehst du zu McDonalds, kommst ganz viele Pommes und isst die zu deinem Schnitzel zu Hause. Oder du isst halt einfach mal ein Brötchen mit was Gesunden drauf. So Salat und Hamburgerbrötchen gemacht, alles. Ja, habt ihr auch schon so einen McDonalds-Pack und aufgemacht. Was waren bei euch so drin? Schreibt es mir in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, vorhaut euer Ramses. Bis dahin, bis dahin.